und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play mit mir stelle heute sims 3 und mit dabei als gast über skype zugeschaltet hallo das war ein sehr langes so jetzt stellt sich schon die erste frage welche stadt nehmen wir pelle also wir haben zur auswahl jetzt gerade noch eine großstadt dorfstadt und wir haben so eine art industrie stadt glaube ich war das ich würde großstadt nehmen ok oder kann man mehr machen oder gibt es mehr hochhäuser und so mit so haus oder wohnung müssen wir gucken was wir uns leisten können aber bevor wir ein haus kaufen müssen wir erstmal noch die sims erstellen also ich habe da keine lust irgendwie so eine vorgefertigte zu nehmen das habe ich noch nie gemacht ne ich auch nicht die sind mir irgendwie immer zu langweilig und so doof die sehen irgendwie so normal aus so standard mäßig ich glaube die meisten sind auch aus diesen vor spannen videos immer aus den intros ja richtig drauf geachtet was ja immer ätzend ist ist mal diese lange ladezeit ach so ja die kann man ja nutzen die ladezeit was habe ich denn alles für sims drei teile jetzt installiert also das ganz normale also nicht die deluxe version da dann reiseabenteuer das luxus accessoire design dann gibt es aber das kann ich gar nicht von hier oben von hier unten lesen ah garten möbel design irgendwie sowas reiseabenteuer hatte ich schon traumkarriere late night und das letzte jetzt nicht aufstehen dafür ist das kabel zu kurz steht da steht da hatte ich muss kurz lebensfreude lebensfreude das war es ja das ist dieses mit diesen komischen ja wie auch immer nähe hier da ist diese erweiterung zum beispiel dass wenn du so ein kleines baby bist hast du so ein kinderspielzeug und wenn du dich die ganze zeit um den kümmerst dann erwacht er plötzlich zum leben und nur du kannst ihn sehen also deine eltern können nicht sehen also damit dem kannst du richtig interagieren und so geht er immer weg ich glaube wenn man teenager wird aber ich glaube da kriegt man wenn man ihn richtig gut pflegt dann kriegt man irgendwas geschenkt also ich spiele weniger mit kleinen kindern und kindern die sind mir irgendwie das mit der schule regt mich mal auf schon so dass ich naja die müssen jeden tag hausaufgaben machen das ist aber in wirklichkeit auch so ja aber ob man sie macht ist was andere aber trotzdem jeden tag hausaufgaben und dann man sitzt ja auch eine stunde daran ich meine so lange würde ich da nie dran sitzen und das hat fertig geladen ähm bridgeport heißt die stadt ok ich mach's ich lasse ihn jetzt einfach mal rein zoomen hier diese epische durch die brücke durch zack und hoch in vogelperspektive das ist die von dem erweiterungs pack ähm äh late night ja late night also am liebsten hätte ich ja alle teile von sims 3 aber die sind mir einfach zu teuer ich glaube ich habe mal gelesen alle sims teile wenn man sie sich kaufen würde kosten zusammen 500 euro oder so ja kommt auch hin ich glaube beim late night war glaube ich das teuerste mit ne ach die sind alle teuer die sind eigentlich alle gleich teuer ja alle sind von 30 bis 40 euro oder sowas wie ne ja meistens 39 waren die im zweiten teuer auch so teuer ja war ich gar nicht den zweiten habe ich nicht äh also die sims 2 habe ich nicht ich habe sims 1 alles aber da waren die auch nicht so teuer ne oder ne so teuer waren die nie naja damals war es ja auch sims 1 war ja ich glaube die haben immer um die 20 euro gekostet oder so ich fand im zweiten teuer fand ich immer extrem geil die gesichtsspiele das war so ja pelle mänlein oder weiblein äh 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 fang mit nem kerl an ok mach mal ein pärchen oder einen junggesell sasko äh pärchen äh äh pärchen äh der ist ganz schön korpulent Ja wollen wir eher dicklichen oder mager Spargeltattern? So ein Muckiboy, ja. Ordentlich Muskeln rauf und so, dass man auch die Muskeln sehen kann oder eher nicht so? Der macht ja nicht so übertrieben die Muskeln. Ja, ich geh so einmal im Jahr trainieren, so ne Art. Also sieht man jetzt hier am Hals vielleicht ein bisschen so. Ja so ja. Ja so, so reicht ja. Und nachher beim Spielen sieht man es ja sowieso nicht mehr. Wie soll er heißen? Oh Gott. Warte mal kurz. Äh, bleh, ich weiß keinen guten Jugennamen. Nenn ihn Paul. Paul, okay. Das ist so ein typischer Jugenname. Paul, äh, Nachname. Schmidt. Paul Schmidt, das klingt ja total kacke. Das ist aber auch so ein typischer Nachname. Ähm, wir nennen ihn... von... von... Stängel. Pfann Stängel. Ja. Stängel mit E oder Stängel mit L? Er macht mit L. Okay, Stängel. Stängel. Okay. Er ist ein junger Erwachsener. Hautfarbe. Soll er ein bisschen dunkler sein? Oder weiß? Naja, so mittel. Mitte, ja. Also jetzt nicht so stark segmentiert, sondern so mittel. Latino. Ja, so. Okay. So, ja. Ah, das ist denk ich mal. Körpergewicht. Ist jetzt so mittig, also ist ein... ordentlicher. Haare. Äh, braun. Braune Haarfarbe, okay. Oder schwarz. Ne, mach braun. Okay, braun. Halt mal diese... Teile, die da ins... mal eingeblendet werden, sind total. Okay, egal. Ähm, Frisur. Wie soll die Frisur aussehen? Äh, was bleibt für alle? Ja, hier so die hier. Also, kannst du sehen so? Achso, ja. Ja, kann ich sehen. Ähm. Mach so leicht hochgegelt. Leicht hochgegelt. Den Pony hier hochgegelt, oder? Ja, den Pony... Naja, so... Ja. So ein bisschen wie Elvis. Ja. Also, nur nicht so krasse Elvis-Locke, sondern so... Ja, kennen wir irgendjemanden, der so aussieht? Nein. Vielleicht... Vielleicht... Nee. Okay. Ja, ich... Ja, das sieht ganz gut aus. Der Haarschnitt ist so standardmäßig. Augenbrauen. So eine richtig schöne... Gibt's auch eine Monobraue? Gibt's sowas? Nein. Oh ja, es gibt eine Monobraue. Kann man die... Hammer. Wie bitte? Kann man die Regenbogenfarben machen? Ich weiß nicht. Wenn das geht, dann ist es cool. Wenn nicht, dann ist das scheiße. Nee, die hat eine einheitliche... Oh, wir können sie grün machen! Oh Mann, nein, der soll gut aussehen. Also, einigermaßen gut aussehen. Du bist ja... Du bist ja voll spießig. Du kannst ja noch einen Kerl machen, der dann aussieht wie sonst was. Lass ein Pärchen machen und dann noch ein Kumpel von ihm oder ihr. Oder einfach gar keine Augenbrauen. Ja, das ist auch wie so ein Psychotypie, ey. Warte mal, welcher nehmen wir denn? Die, hm. Nee, da wirkt er so, hm. Soll er eher so, so ein bisschen mitleidig aussehen oder eher so... Hm. Ja, ein bisschen spitz. Wir machen einen auf Mitleid, wa? Ja, mach einen auf Mitleid. Okay. Soll er einen Bart haben? Hier so einen Chinesen Bart? Hier so von Fist auf Sen? Nein. Mach so... So gleich ein Drei-Tage-Bart oder sowas, wenn das geht. So, so ein Oberlappen-Bart! Nee, Oberla... Ja, hier so eine Kinnleiste. Hm. So durchgehend so... Damit er so ein kastiges Gesicht hat. Hier so ganz dünn, so drei Haare immer nur an den Seiten, ey. Hier sind die Bärte, die von den Quadetten bis vorne ans Kinn gehen und nur ganz dünn sind. Am coolsten wäre ja so ein Sissy-Top-Bart. Die... Die... Der Bart geht bei denen bis zum Bauch und ganz in Weiß. Bäh. Das sieht ja aus... Nee, dann mach mal so. Mach kein Bart. So, jetzt können wir Körperbehaarung. Oh, ne. Kannst du machen. Boah, so ein richtig schöner Busch auf er... Nee, wie? Aber Beinbehaarung sollte er ja haben, wa? Ist ja... Alter, hat er ein paar Waden. Und Oberschenkel, ey. Alter, das ist wie so ein... Der wird Türsteher. Geht das hier auf? Nee, geht nicht. Weiß ich gar nicht. Schade eigentlich. Nee, das... Das sieht ja aus wie so ein Werwolf. So ein total behaarten... Nee, der ist... Bodybuilder, der... Der rasiert sich alles ab. Sogar die auch braun. Genau. Obwohl so... So ein bisschen die... Unter... Na ja, die Arme so... Ja, ein bisschen Bart. Du kannst das ja so... Hellbraun machen. Du kannst ja die Farben einstellen. Du kannst sie grün machen, ey. Boah. Da sieht man ja gar nichts, wenn ich hier jetzt so... Ne, blond nicht, aber so... So... Frauen... Hellbraun auf... Ja, echt gar nichts. Wenn ich die jetzt auf... Oh, in Rot. Sieht man alles nicht. Wieso nicht? Du kannst das einfach... Hallo, ich hab doch was angeklickt. Sieht man echt gar nichts mehr. Naja, egal. Achso, das hatten wir schon. Füße. Soll man so eine Hobbit-Füße haben? So richtig schön behaarte Füße. So... Oh... Ne... Das machen wir nicht. Rückenbehaarung. So... So einen richtig schönen Pelz auf dem Rücken. Na ja, kann ja. Alter, der sieht aus wie... Weiß nicht... Der, der könnte... Der könnte... Rettungsschwimmer sein. Ja, okay. Jetzt hat er zum Glück wieder alles an. Ja, vom Gesichtszügen geht er eigentlich. Da wollen wir gar nichts machen. Da will ich auch gar nichts machen. Aber den scheiß Schönheitsfleck da oben, der muss weg. Der macht ihn irgendwie so... Pete pete. Oh, Make-up. Make-up. Komm, wir machen ihn hier so... Nein. Los, ne. Äh... Tätowierungen. So ein schickes Arschgeweih. Schicki, schicki. Wo ist denn das? Das sieht man gar nicht. Da, so ein schickes Arschgeweih, aber... Das sieht doch... Das sieht doch nichts aus hier. Das ist doch alle... Was? Oh, die sind irgendwie... Komm weg damit. Keine Tattoos. Jetzt... Alter, hat er schwarze Augen im... Im Spiegel. Was hat er für eine Augenfarbe? Ja, stimmt. Warte, er hackt gerade ein bisschen jetzt, he? Ja, können wir nochmal gucken. Was hat er für eine Augenfarbe? Yipso! An den Tätowieren will ich ihn noch gar nicht. Grünart Dark. Guck ich mal den Psychoblick da an. Alter... Der Spiegel... Die Spiegelfunktion ist ein bisschen sehr krass. Wenn der da in den Spiegel guckt, da hat er so eine schwarzen Löcher. Ne... Mach ihm... Was hat er für eine Haarfarbe? Braune, ne? Genau. Mach ihm blaue Augen oder grüne. Grün hat er schon. Okay. Mach so ein helles Blau. Blau. Okay, so ein Babyblau so. Ja. Finde ich wohl schön, wenn man braune Haare hat und dann blaue Augen. Like a Gollum. Ja. Haha.